Ich habe gespielt Mario Kart 8 auf der Wii U. Cool. Für mich war Mario Kart eigentlich immer so, oder das Spiel, das es eigentlich als erstes gab. Mario Kart 8, das wollte ich mal wissen, wie das ist. Es gibt jetzt bei Mario Kart neue Figuren, es gab auch neue Fahrzeuge, es gibt dann halt auch, dass man Reifen auswählen und freischalten kann, indem man Münzen sammelt. Wenn man viele Münzen hat, dann kann man auch neue Autos freischalten oder neue Teile von den Autos. Das ist das neue Fliegding. Dann konnte man fliegen, dann konnte man unter Wasser auch fahren und man konnte verkehrt herum an der Wand fahren. Das finde ich ganz cool. mein Lieblingsspieler ist Cooper, weil der lustig ist oder wieder redet. Das finde ich, das ist Cooper. auch gut. Ich habe immer verschiedene Charakter gespielt. Mal habe ich Mini Mario, mal habe ich Yoshi. Entweder haben wir beide die Rosalie gespielt oder Daisy. Ich hatte immer den Baby Mario. Ich habe meistens mit der Peach gespielt. und sonst habe ich halt eigentlich die Frauen gemacht. Luigi halt. Als Figur jetzt. Irgendwie kann ich mit denen am besten fahren. Ich fand ganz lustig diese fleischfressende Pflanze. Die hat alle vor uns weggefressen. Ich fand zum Beispiel die fleischfressende Pflanze total cool, weil die hat halt dann immer diese Münzen da aufgefressen. Dann hatte man halt diese Münzen mehr. Oder auch wenn jemand vor einem gefahren ist, hat die den einfach weggefressen. Der Boomerang. Das Gute ist, dass er wiederkommt. Dass du ihn dreimal kannst, den benutzen. Der Spiegel ist auch gut. Ich fand ganz gut mit Lenkern fahren oder mit diesen Kontrollern. Also am besten finde ich bei der Wii U jetzt das Pad. Bei der alten Wii haben wir ja Controller und Lenkräder. Aber da gibt es dieses Pad halt nicht. Und das finde ich cool. Also es ist ein cooles Spiel. Ich spiele das gerne. Aber es ist halt auch abwechslang dran. Cool. Ich fand es gut. Hat mir einfach gut gefallen. Ja! Es hat mir schon Spaß gemacht. Mario Kart 8 ist eins der besten Spiele. Wuuu! Jaha! Welches Kind will doch nicht? Hätte ich schon gern. Nein- Auf Wiedersehen! Nein- Auf Wiedersehen! Nope! consol! Ist es richtig. 4 3 4 Green